wollen wir doch mal so use gepresster schädel menschlicher schädel ab in den topf damit dann affenblut haben wir hier okay dann zimt haben wir ein wir haben schwefel ein damit sind haben wir was haben wir noch die schuppen wir haben ein und viermal minze schweizer habe ich davon genug was brauchen wir noch ah tinte tinte geht immer tinte ist lecker machte sich im topf einfach to drop yikes oh ich bin ich bin dizzy übercome by the fumes and stench guy brush quickly loses consciousness moments later the voodoo spell kicks in turning the ship to an unknown heading and off on its mysterious voyage Und genau hier machen wir eine Aufnahmepause. Entweder ihr habt einen direkten Umschnitt oder es startet alles in einer neuen Folge. Ich bedanke mich und macht's gut. Hallo Facebook. Und da sind wir auch wieder zurück zu The Secret of Monkey Island. Und er liegt hier am Boden, der Guybrush. Aber ich denke, wir haben eine ganz besondere Überraschung. Und daher stehen wir doch einfach mal auf. Natürlich, Guybrush, denn wir haben ein ganz besonderes... Natürlich musst du das essen. Los, essen. Los. Sehr schön. Ah. Gut, gehen wir mal hoch. Oh mein Gott. Schönes Wasser. Was mit euch, ihr netten Menschen? Toll, gell? Und so sah es davor aus. Let's know when you found the governor. We've got an extra chair she can use. Na klasse. I start to hate you all. I don't think they're gonna be much help. Na gut. Soweit ich weiß, in der letzten Folge, habe ich einen Topf auf jeden Fall mitgenommen. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht mehr so genau weiß. Kriegen wir aber das alles hin. Ja, da ist der Topf. So, lange Stück. Was haben wir so... Ach, das war's schon. Ich dachte, ich hätte auch noch... Bin ich blind? Wie immer bin ich blind? Ich dachte, ich hätte auch Schießpulver. Aber okay. Ups. Ach, ich Idiot. Let's look for Schießpulver. Ich dachte, wir hätten in der letzten Folge... Das müssen wir überprüfen. Ja, Schießpulver. Nein, nicht die Leiter untersuchen, Idiot. Fress A. Okay, pick. Okay, hast du genug? So. Use... Hallo? Ach, shit. Use Sile. Mitkomm. Das klappt so nicht. Schauen wir mal. Wir kriegen das doch alles irgendwie hin. Wir müssen ja jetzt an Land kommen. Und da suchen wir erstmal die Kanone. Nix. Siehst, nix. Na gut, dann machen wir mal Use. Ho, ho, ho. So, dann haben wir noch Use. Mit Kanonenrohr. So, und jetzt kommt's nämlich. Jetzt muss ich nämlich. Ich wette, das schaffe ich wieder nicht. Woher ist denn die Kohle hin? Wir haben doch die Kohle rausgeholt. Bin ich Heck? Jedes Mal. Ich bin played, oder? Ich hab doch die Kohle... Ihr habt's doch selbst gesehen. Ich hab doch die Kohle rausgenommen. Ja, ist ja gut. Geil, Brosh. Schnauze. Loderndes Feuer. Ich hab's so ne Befürchtung, dass ich einfach ein Idiot bin. Ja, Mann, jetzt hast du's endlich kapiert. So war das. Genau. Nehmen wir doch... Irgendwas muss ja... So, jetzt haben wir Feuer. Was habt ihr so? So. Jetzt wird's nämlich kritisch. Weil jetzt muss ich... Benutze Feuer. Ah, es wird jetzt kritisch. Also benutze Feuer mit Zündschnur und dann benutze... So, müssen wir mal gucken, dass wir das auch zeitig hinbekommen. Ähm, ja. Das war sehr schnell. Oh, ich glaub, das mach ich im... Mit... Sorry. Ne, Feuer haben wir noch. Ich... Ich glaub, das mach ich im Original. Weil da krieg ich's einfach mit dem Mausklick schneller hin. Also so mit U und zack und dem und hin und her. Also, pick. Das war hier. Yep. So. Ja, ich glaub ich mach's echt im Original, da krieg ich's hin. Im Original ist es... Ja, ist nicht ganz richtig. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie... Ich glaub ich nicht, dass es viel Hilfe geben wird. Ja, ist echt gut, Guybrush. So. Na... Ah... Das ist ein bisschen doof gemacht, weil ich muss ja jetzt die Lunte damit benutzen. Da muss ich mit U... Ich kann ja halt hier auch nicht runterklicken. Das ist auch ein bisschen doof gemacht, liebe Entwickler. So. Ich benutze das Schießpulver mit dem Kanonenrohr. Benutze Schießpulver im Kanonenrohr. Da muss ich das Feuer nämlich damit benutzen. Und dann muss ich... Benutze Kochtopf hiermit. Und um es mir cheaterweise einfach zu machen, machen wir das so. Alter, alles andere finde ich grad zu blöd. Use Fire. Mit Fuse. Und dann use... Kochtopf. With Cannon. Yes. Und zack. Ah, schnell wieder zurück. Oh, und bam. Oh, ho, ho, ho. Wieso unter Monkey Island? Hm. Aua, aua. Mein Arsch. Aua. 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 Oh. Das bin übrigens ich. Das ist mein Special-Auftritt. Dieser Affe sah früher... ...so aus. Schick, oder? Und da geht er hin. Oh Gott. Und der sah so aus. Hat mir im Alten besser gefallen. Hallo, mir brennt der Arsch und ich hab den Kopf im Sand. Ach, echt? Arsch. Wir haben einfach mal aufgehört zu brennen. Ja, cool. Komm. So, was haben wir hier? Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate Lechuk. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. Hm. All Monkey Island Cannibals are encouraged to attend. Okay, oder gab's hier nochmal was? Wir haben einfach mal den Strand entlang. Und gehen wir in den Dschungel. Und gehen wir in den Dschungel. Da ist der Affe. Na, der bringt uns noch nicht viel. Spalte. Okay. Das bringt uns noch nicht weit. Doch, das bringt uns schon was. Wir haben aber nicht alles, insofern ich das noch alles so in Erinnerung habe. Na, komm mal her. Ne, das Seil haben wir nicht mehr. Na gut. We don't have it anymore. Komm, geh in den Dschungel, du Penner.